Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück hier zu Man of Medan. The Dark Pictures geht weiter und wir haben das verlassene, das verlorene Schiff aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Truppe, mit den Banditen sind wir hier am Start. Konrad haben wir leider verloren, aber mal gucken, ob ich die anderen vier von der Truppe noch irgendwie lebend ans Ziel bekomme. Mal schauen. Schön, dass ihr dabei seid wieder in der heutigen Episode. Und mal gucken, wie es weitergeht. Und danke für den Daumen nach oben in der gestrigen Folge. Los geht's! Okay, sie haben es auch gesehen. Da können sie noch rein. Die Luke ist offen. Junior, retire la tête d'all'image. Junior heißt er. Oh, okay. Ich denke mal, ohne das Ding ist das Boot nicht fahrtüchtig. Boah, sie ist ja noch ohne Schuhe. So ein verrostetes, altes Ding und sie rennt ohne Schuhe rum. Oh, mein Gott! Welch ein Durcheinander. Die Schatzkarte hat sich hergeführt. Die Karte mit dem Gold. Aber der Kurator hat gesagt, nicht alles ist Gold, was glänzt. Aber alle, da drüben. Wie gehen die barfuß los, ey? Wir werden ja auf den Nagel treten oder so, ne? Oder eine Schraube oder so hier im Boden. Bah. Widerlich. Das Ding ist eine schwimmende Todesfalle. Ne, ich stimme dir zu. Das ist ein Friedhof. Los, weiter! Los! Wenn ich mich recht entsinne, müsste Brad eigentlich noch im Schiff sein. Von dem wissen sie nicht und der hat sich nicht gezeigt. Jetzt sind wir hier wieder in den engen Gängen. Wo man wieder keine Kontrolle über die Kamera hat. The Mask of Madness. Auf sowas hier hätte ich gern verzichtet. Allerdings. Wow. Interessant wird der Kamera so hinter den Ketten und Kreuzen. Warum sind wir hier nicht? Ich würde gerne nirgendwo, was hier ist. Da leuchtet was. Millers Uniform. Die sieht aber noch ganz gut sauber zusammengelegt aus. Was haben die jetzt wohl mit uns vor? Wenn ich das wüsste. Dass sie euch überhaupt mit hier reingenommen haben. Es ist aber immer gut, sich von der Gruppe zu trennen und alleine rumzulaufen. Immer sehr gut. Wobei, da steht ja noch einer. Oh, Merz! Was war das? Ha. Oh, Scheiße! Das ist nur ne Ratte, Sherlock. Depp, ey. Was ist das? Internes Memo. 14. Armeedivision. Sie übernehmen morgen Pattersons Wachdienst. Er ist schon wieder krank. Er ist komischerweise immer, wenn er Dienst hat, im Frachtraum 3A hat. Also er ist immer krank. Okay. Na denn? Nehmt ihr das mit? Hat sie eingesteckt? Jetzt werden wir da eingesperrt wahrscheinlich. Hey! Es ist dunkel hier drin. Wir brauchen Licht. Vielleicht müssen wir ihnen etwas geben. Sehr zuvorkommend. Danke. Sehr zuvorkommend. Okay. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Äh, selbstbewusst oder düster? Manchu-Rai-Gold. Darum geht's ja auch jetzt, ne? Das hat doch etwas mit diesem Manchu-Rai-Gold zu tun. Wir sind nah an den Koordinaten. Vielleicht ist dies das Schiff mit dem Gold an Bord. Das ist durchaus möglich. Conrad ist Hilfe holen? Conrad ist doch voll tot. Wir müssen die Küstenwache rufen. Das geht nicht von der Duke. Wir müssen hier was zum Funken finden. Ich hab Angst um Conrad. Er wurde bei unserem Fluchtversuch verletzt. Ihm geht's gut. Mit Sicherheit. Und was ist der Status der Duke? Ich hab einen der Typen gesehen mit einem Teil vom Boot. Die Verteilerkappe. Teil des Motors. Ohne sie ist die Duke of Milan nur ein Haufen Schrott. Wir brauchen sie zurück. Während diese Typen nach Manchu-Rai-Gold suchen oder was sie auch meinen, auf diesem schwimmenden Sarg zu finden, sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen. Fliss, ich wollte nur sagen, das, äh, das vorhin war wohl ein Missverständnis. Äh, wie bitte? Ich bin wohl also vielleicht etwas vorschnell zu dem Schluss gekommen, dass du irgendeine Art Abmachung mit diesen Typen hattest. Aber ich mein, das stimmt ja eindeutig nicht. Die sind ja genauso fies zu dir wie zu uns. Also, ja. Ich übersetze das mal. Er sagt Entschuldigung. Nun, ich. Hm. Deine Entschuldigung ist akzeptiert. Cool. 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 Okay, hier sind viele, viele Sachen am blinken. Könnte Conrad wirklich noch leben? Äh, die haben gesehen, also die haben nicht richtig gesehen, dass er heftig angeschossen wurde. Aber der Kurator hat auch gesagt, es ist vorbei, oder? Mit dem? Wenn der noch wieder auftaucht, ey. Ich weiß nicht. Dann hat er mehr als Glück gehabt. Ich rechne nicht damit. Okay, ein weiterer Brief. Fräulein Rivera, ich vermisse dich so sehr. Noch drei Monate bis zu meinem nächsten Urlaub. Und dann schließe ich dich in meine Arme. Ich habe echt Angst. Drei Monate. Ich hatte mit den anderen Jungs Landgang. Wir haben ein paar Bier getrunken. Aber keine Sorge, ich bewahre mir alles für dich auf, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ha, ha. Okay, wie ist die Arbeit? Ich hoffe, dein Chef lässt dich in Ruhe. Na ja, einfach nur einen Brief an seine Süße. Zu Hause. Natürlich hat er wegen der Zeit des Krieges keine andere Frau angefasst. Ja, ja, das sagen sie alle. Eine Brille? Das ist sehr seltsam. Warum? Was ist daran seltsam? Noch nie so eine altertümliche Brille gesehen. Ganz schön düster hier, ey. Aber das muss so, wegen der Atmosphäre. Warte mal, den kann man schieben? Nee, warte, da kann man hinten dadurch vielleicht durch erstmal den ganzen Raum checken, bevor ich da irgendwie Sachen verschiebe. Hey. Hey. Ich habe diesen Brief gefunden. Guck mal. Okay. Es gab Gerüchte über Gestalten unten im Frachtraum. Gestalten? Geht's etwas genauer? Besorgt? Fühlt sich falsch an? Lagerkoller. Keine Ahnung. Crews sind oft lange auf See. An Bord ist wenig Platz. Dazu ein Lagerkoller und schon drehen einige durch. Sie gehen aufeinander los. Mann. Und wir sind gerade mal zehn Minuten hier. Hab diese Notiz bei den Crewien gefunden. Da steht, da steht, dass dieser Typ Patterson wohl immer wieder krank gespielt hat, wenn er da unten im Laderaum Wache schieben sollte. Hm. Ich schätze, das hat er ein paar Mal gemacht. Wie es aussieht, wollte keiner unbedingt da unten sein. So wie ich das vermute, hatte die Crew wirklich Angst vor dem, was auch immer das Schiff an Fracht geladen hatte. Wenn ich nur wüsste, was diese Fischer wollen. Hat er überhaupt zugehört? Er denkt an die Fischer, sie denkt an das, was früher passiert ist vielleicht. Auf der Duke haben sie etwas von Manchurei-Gold geredet. Das stimmt. Ich glaube echt, das Ganze hier haben sie erst geplant, als sie von dem Gold gehört haben. Wir müssen sie im Auge behalten. Das hier könnte ganz schön schief gehen, wenn sie nichts finden. Also, was tun wir? So. Das Schiff ist zwar scheiß alt, aber vielleicht gibt's hier ein Funkgerät. Und wo sollen wir suchen? Die Brücke. Auf Deck. Okay. Sobald wir eine Chance kriegen, legen wir los. Hoffentlich funktioniert es noch. Okay. Also von hier aus kriegen wir nichts gebacken. Wir müssen uns umsehen und nach einem Ausweg suchen. Gut. Sei vorsichtig. Okay. Schauen wir mal. Also das mit dem, mit den Leuten, das haben sie wirklich spontan entschieden. Die waren ja nur auf dem Schiff, weil, weil sie gesehen haben, dass hier, äh, Julia und, und Conrad, dass das so reiche Dudes sind und wollten einfach nur von denen das Geld haben. Und das mit dem Gold haben sie ja wirklich dann erst danach erfahren. Okay. Was haben wir denn hier? Äh, SS. Ein Hund. Das Schiffsmaskottchen steht. Okay. Hm. SS ist wahrscheinlich der Schiffsname, der da stehen sollte, oder? Ach, ich dachte, hier kann man mit dir reden. Das ist wieder nur der Brief. Mit Julia kann man nicht quatschen. Und hier ist nur die Brille. Warum, wenn man die einmal geguckt hat, würde ich gerne gut finden, wenn das, äh, Leuchten weg wäre. Äh, was soll ich mit der Brille? Gut, dann schieben wir hier mal, äh, das Ding beiseite. Lüftungsschacht. Ja, Alex. Nun guck. Brauchen wir jetzt vielleicht irgendwas? Ja, ja, mach mal. Hm. Der steht ja noch vor der Tür. Danny, du foule les Soutes. Les Soutes? T'es sérieux? T'as vu l'endroit? Ça tombe en ruine, Olson. Et j'ai pas les outils pour y arriver. Was ist que, was ist que je te dis? Et c'est tout. On va te faire foutre. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Tronc du cul. Arrêtez, arrêtez ça. Ta gueule, Junior. Tu restes ici et tu surveilles les Prisonniers. Prisonnier? On est en prison? Charmant. On sera bientôt riche si vous la fermez. Et si vous faites ce que je vous dit faire. Il y a quelque chose qui cloch ici. Je suis fâle. Ok, die wollen die Frachträume noch durchsuchen. Aber Junior soll hier die Leute ein wenig im Blick behalten. Ja, Alex, was ist nun? Hast du nicht auf? Was denkst du? Ich kriege ihn nicht auf. Hier drüben. Ja, und was soll die jetzt da tun? Vielleicht können wir ihn aufbiegen und abhauen. Ja. Das ist der Weg Grabs. Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Oh ja, klar. Starke Mann zeig's uns. Wir brauchen eine Ablenkung. Das wird richtig laut. Halt, halt! Vielleicht sollten wir die Tür verbarrikadieren. Den Tisch vorschieben oder was? Ablenken. Ne, versuchen wir zu sperren. sehr gute Idee. Ich glaube, das klappt nicht mit dem Tisch. Der ist zu schwer. Kann mir mal jemand helfen? Ja, Julia, mach doch auch mal was. Ah, geht doch. Okay, jetzt ist einer raus. Und was machen wir jetzt? Wir müssen das schaffen. Lauf, lauf! Er ist so frei! Jetzt guckst du aber. Ah! Das ist aber auch schnell, ey! Was schreit er denn jetzt so? Okay, jetzt sind wir getrennt worden. Noch ist alles gut. Wir sind Alex im Oberdeck. Sind wir nun sicher? Sei still! Wir müssen jetzt weiter! Oh, Mann! Wie sieht's denn hier aus? Entspannt ist er immer noch. Okay, mit Julia die Beziehung ist immer besser geworden. Mit Fliss ist war echt nicht so, nicht so der Hit. Verlasse das Schiff! Joa, gut, ich geh dann mal. Ciao, Julia! So, was ist das? ein Klemmbrett? Ist da was drauf? Ah ja, auf der Rückseite. Jo! An die gesamte Mannschaft regeln zum extra Wachdienst aufgrund der Spezial-Sicherheitsvorkehrungen. Für diese Mission müssen diese Zusatzabläufe von Soldaten im Wachdienst befolgt werden. Okay. Doppelten Wachposten an allen Türen und auf den Rundgängen. Keine Gespräche, keine Ablenkung, keine Zigaretten und kein Alkohol und keine Spiele. Wie langweilig! Ups! Das geht noch weiter, ne? Hey! Kann ich denn nach unten scrollen? Soweit ich hier das Ding loslasse, das geht doch noch weiter runter. Kompliziert, das Ding. So. Du musst den rechten Stick nach rechts halten, damit du das Ding überhaupt umdrehen kannst. Und wenn du dann versuchst, das nach unten mit dem rechten Stick zu gehen, um da vielleicht runter zu scrollen, dann dreht er dann schon die Hand weg. Okay. Wo sind wir denn jetzt hier? Ist das die Wäscherei? Ja, könnte sein. Steck da bloß nicht deine Finger rein. Die Dreckwäsche. Ja. Das wird's sein. Die Kleidung wurde dreckig, dann haben sie die hier reingeschmissen und dann sind sie alle verrückt geworden deswegen, weil die gemüffelt hat. Und dann sind alle sofort abgehauen vom Schiff. Ja, Alex. Was wären wir nur ohne dich? Das ist die gleiche Ratte wie vorhin. Hab ich am Schwanz erkannt. Ah, warte. Ich kann nur noch mal reingucken. Vielleicht ist da noch eine Ratte drin. Nö. Auch nur wieder dreckige Buchsen. Julia interessiert es überhaupt nicht, was Alex hier so treibt. Die ist einfach irgendwo hier hingegangen und sagt nichts mehr. Da hinten steht sie. Es ist echt seltsam, dass alle einfach weg sind. Als wären die alle mittendrin weggeschnappt worden, was sie auch geradet haben. Das ist nicht möglich, oder? Genau. Hm. Guck mal, der Dunst, der über den Boden da noch geht. Hier ist eine Karte vom Schiff. Das ist Frachtraum 3, wo niemand Wachdienst schieben wollte da unten. Okay. Out of bounds. Frachtraum 2 ist out of bounds. Okay. Das Bild war locker. Ich weiß nicht. So. da sind wir und hier. Hier flackert Licht. Was haben wir denn hier noch? Waschbecken. Gibt es hier nichts zu finden? Hä? Was haben wir denn jetzt? Da hockt noch jemand. Beim Kacken erwischt, oder was? Noch ein Brief. Das ist der gleiche Brief an Senior Dings. Nee, das ist für Aileen. Aileen Reed. Ich komme endlich nach Hause noch einmal über den Pazifik und ich bin wieder bei euch. Ich kann es kaum erwarten nach Ned und Nancy. Sie können sich schon mal auf die Geschenke freuen, die Daddy für euch alle hat. Komm mal mit. So geht's gut. Ich bin froh, wieder auf See zu sein. An Land ist es hier heißer als in Oklahoma im Sommer. Aber deine Briefe haben mir geholfen. All das durchzustehen. Sie werden zensiert, aber das ist vermutlich gar nicht so schlecht, weil die anderen sie manchmal klauen und lesen und ich möchte nicht, dass sie unsere Briefe lesen. Ich weiß. Die Briefe werden zensiert, damit die nichts verraten. Vielleicht über die Fracht oder so. Da war ordentlich einer in die Schüssel geranzt, dass sie jetzt voll so kaputt ist. Okay, die Halle ist wieder leer. Ja, da. Ha. Julia noch da? Ich weiß nicht, ob Conrad das geschafft hat. Ich bin echt nicht sicher. Hörst du das? Ja. Da unten bewegt sich irgendwas. Kann ich wieder zurück. Was denn? Will ich lieber gar nicht wissen. Wir müssen weiter. Nein, nein, ich verhafte das alles nicht mehr. Julia. nein, das nicht. Ich schaffe das nicht. Julia, beruhige dich doch. Gehen wir. Na komm. Jetzt werden wir nicht hysterisch, ey. Fang nicht an zu flennen. Sonst lasse ich dich hier. Okay, was haben wir denn hier? Ein Teebecher. Willst das Buch nicht aufmachen? Aufklappen, einmal reingucken. Na, geht doch. 19. Juni habe in Frachtraum 1 einige Bereiche identifiziert, die strukturelle Schwächen und Risse aufweisen. Habe unseren Schiffsbauer angewiesen, die nötigen Reparaturarbeiten durchzuführen. Ich habe dem Kapitän geraten, bei der Heimreise vorsichtig walten zu lassen, insbesondere bei schlechtem Wetter. Zu große Belastung könnte leicht einen Kielbruch verursachen. Mit dem Kahn sind sie noch gefahren? Na, Gott sei Dank, ey. 20. Juni, es gab Beschwerden über Fehlfunktion der elektronischen Ausrüstung. Bei der Überprüfung der Ausrüstung habe ich Zinn Whisker Bildung an mehreren Komponenten festgestellt. Na dann. Ich habe die Geräte gereinigt und die Lötverbindungen mit Blei repariert. Dies hat die Kurzschlüsse behoben und sollte die Whisker Bildung verlangsamen. Katzen würden Whisker kaufen. Okay. Also. Was haben sie wohl mit Fliss gemacht? Wer weiß, bei den Arschlöchern? Sie ist ein zähes Ding. Ja, das könnte ihr noch mehr Ärger einbrocken. Ich glaube nicht. Ja, vielleicht. Ich hoffe, sie bleibt cool. Die passt schon auf sich auf. Vielleicht sind alle in einem Frachtraum wegen der Überraschungsparty. Ja. Was sollen denn immer solche Bemerkungen, ey? Überraschungsparty. Hier haben sie gepokert, gewürfelt. Dominosteinchen. Komm schon, da liegt auch was. Was ist das denn? Ne, ist das eine zerknüllte Notiz? Ne, das ist Ach so, das ist ein Rattenkopf. La Ratta. Okay. Echt ein Schaden. Denkt er schon, es kommen da Hände aus dem Boden. Oder aus der Also wenn ich normal nehme, kommt die Hand nochmal raus? Komm schon. Wir provozieren die Hand. Eiskaltes Händchen wie bei Ha! Siehst du, es kommen nämlich keine. Verarscht hat die Ein weiteres Notizbuch. Donnerstag der Zwölfte. Der Kapitän hat den Alkohol für die ganze verdammte Reise verboten. Es gibt kaum etwas, was einer so die Stille auf diesem Schiff hören lässt, wie kein Alkohol. Die beiden Blödmänner Wilson und Anderson haben sich direkt nach dem Ablegen in die Wolle gekriegt, aber der alte Ferry hat das Ganze schnell beendet und seitdem ist es hier so ruhig wie in einem Gotteshaus. Das waren die beiden, die auf dem Deck sich geprügelt haben. Wilson und Anderson, also Joe und Charlie. So. Ich habe mit dem Kerl gequatscht, der beim Einladen der Fracht geholfen hat und der hat mir erzählt, dass das, was er eingeladen hat, Särge waren, vielleicht nichts Ungewöhnliches, aber er meinte, da war so ein Kerl und der hätte ganz genau aufgepasst, wie die Särge in einer der Frachträume gebracht wurden. Extrem genau. So eine Behandlung bekommt nicht jedes normale Frontschwein. Also habe ich überlegt, wer wohl in der Kiste steckt. Freitag der 13. Peres behauptet, einer der Jungs hätte aus geklautem Proviant irgendeinem Fusel zusammengebraut. Wir treffen uns nachher im Frachtraum, um ihn zu probieren. Der Alkohol war ein Reinfall. Peres meinte, nach vier Tassen hätte er sich beschwipst gefühlt, aber ich finde, er hat nur Blödsinn verzapft. Das war alles aber kein Sprit. Okay, Samstag der 14. Hab gehört, einer der Jungs hat sich reingeschlichen, wo die Kisten stehen. Werde mal mit ihm reden und rausfinden, was er gesehen hat. Vielleicht sagt er mir sogar, wie ich reinkomme. Der Plan steht. Er meint, er kann mich reinschmuggeln. Wir sehen uns heute Nacht. Gut. Also, das Boot hier ist vom Zweiten Weltkrieg. Dass die Särge mit nach Hause nehmen, ist ja nichts Ungewöhnliches, wenn Leute da an der Front fallen, dass sie die wieder nach Hause mitbringen. Die, die sie noch bergen konnten, die Leichen, um sie zu ihren Familien zu bringen, ein anständiges Begräbnis und so was, das ist ja völlig normal. Ob da jetzt aber wirklich Leichen drin waren in den Särgen oder was anderes, das werden wir herausfinden. Und damit geht es weiter in der nächsten Folge von Man of Medan. Heute nicht so viel passiert, aber wir wurden getrennt von Fliss. Es kam ja aus den Tischen eine Hand raus, die war aber nicht echt, weil sowas gibt es ja gar nicht. Also, ich hoffe, euch hat es heute ein wenig gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.